Nein, ich wurde mich da jetzt nicht rum, da hab ich jetzt echt gar keine Lust zu. Ich glaube wirklich, ich kann jetzt auch langsam mal wieder hochkommen, ja. Da ist das Mikro, richtig, ich doch mal ein bisschen danach. Das war der richtige Begut. Es wird Nacht. Es ist auch nicht schlimm, kann es trotzdem rauskommen. Ich bin direkt im ersten Anlauf raus, hier siehst du. Oh, es wird Tag. Perfekt. Ist doch gut. Ich bleib erstmal aus die Höhle raus, ich baue mir ne Kiste und tu alle Rohstoffe rein. Guck mal. Ja, mach, brauch du erstmal. Dann komm ich später. Ah, das ist Schwein, hallo Schwein. Dann komm ich nochmal mit die, ähm, eine Spitzsacke rein. Du redest schon wieder Mikro von vorbei, danke. Nicht so, aber du musst dich schon mal ein bisschen dahin richten. Das hört man dich nämlich nicht. Könnt mir mal einen Ofen bauen. Könntest du auch. Jo, ich komme mal wieder raus. Ich hab ja genug Stein. Wo ist meine Treppe, Opa? Da kommt mal eine Kiste hin. Ich bin auch wieder draußen. Uh, so. Ich gucke mal kurz meine Treppe, jetzt mal weiter wollen. Der schöne Genuss von die eigene Welt. Autsch. Ja, du tust dir immer weh. Ja, Genuss. Ich steh auf Schmerzen. So viel dazu. Ja, du piest auf Schmerzen. Mal weiter runter. Nein, da. Da nicht. Dann kommen da Stolz hin. Ich brenne erstmal das ganze Eisen. Wir können uns ja das Eisen teilen von mir, dann kriegt jeder 10. Ich will nicht, ich hab genug. Ich hab auch selber genug. Ich komme mal so dir. Brauchst du nicht. Ich gucke dir ein bisschen zu. Nein, du baust selber dein Haus mal weiter. Du musst auch mal vorhin kommen. Du hast weiße Augen. Du hast weiße. Aber ich bin Tennisschläger. Du bist ein Tennisschläger. Vielleicht. Ja, bin ich schon immer. Ich war schon immer ein kleiner. Jetzt bau einfach und halt die Bubble. Ja. Ich baue mir erst mal ein mehr. Ein mehr? Ich baue mir erst mal ein bisschen Milch auf. Milch. Ich habe das hier. Ich habe da, ich habe meine Werkbank. Ich habe mich nicht direkt nach oben, einen Ort, ein paar Felsen. Ich habe Durst, aber ich finde keine Kuh. Du brauchst doch kein Wasser. Milch kann es auch nicht trinken. Doch, kann man. Das bringt dir das. Gar nichts, ich habe Du. und lehrer will ich auch haben so bis endlich mal unten ja wenn ich die treppe vollendet ist nur noch schön verzieren mit dem geländer und allem drum und dran und diesen bekackten ich guck mal wieder ein haus aussieht ja mach doch kack baum echt ich bin auch am fällen ich hab's gerade gesagt blöder baum lalala 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 ui da sieht's schön aus ich bin gar nicht mehr fertig du auch nicht doch nicht wirklich ich baue noch ein obergeschoss ach du scheiße ja wie gesagt geländer muss ich noch bauen aber ich bin wieder der größte vollidiot ungefähr so ob ich mein stein denn aber ich komme vor ich bin genug kommt so ne ja ja ich komme gut runter und schon mal ein bisschen eigenfertig ja noch hat das ganze 1 man braucht das geländer ich will schmerz los warte mal brichtest du da ich glaube ich bin zu ein diskotanz das ganze direkt wieder rausgehen mein spezak ist kaputt meine erste und meine zweite noch aber von ähm von die kleidung sehe ich aus wie ein arzt ja genau so zu sommer als würde ich auf jeden fall gehen das sieht total vertrauen zu wecken daraus ja ich bin acht mit dem ding da oben drauf halt so und ich habe gelbe haare gelbe haare ist doch echt pervers ja das ist immer mal gut okay fertig mein eisen ist fertig schön ach kacke ich habe gerade 18 stück ich habe mehr ja ich habe mir gerade einen einmal gebaut noch nicht ich habe mir einen unendigen wasserbrot echt dann mach das nee da ist eine kuh rechts klicken so so ja ich kann doch nicht saufen ja weil du keinen dunger hast das kannst du außerdem glaube ich nur für mehr als kuchen verwenden weißt du das kriegst du auch nicht mehr weg tja pech du musst erst verwenden jetzt hast du den Eimer verspendet kannst du nicht auskippen kannst du nicht doch kannst du auch kann man so wasser oh wasser ich mag dich wie ein herz übertreibs doch einfach mal halt doch einfach mal die klappe klappe schnabel happe so kommt hier noch einer hin da da nein da kommt keiner hin das sieht doch schon okay aus so warte mal aufzulaufen ah jetzt kann ich mir keinen Ofen machen ne damit ich muss noch kurz ein bisschen Steine holen da gut ich habe aber schon offen weil ich guck mal wie viel Ofen braucht ein Ofen braucht acht oder acht oder neun neun acht ja warte ich will mal aufgucken da okay ich kann mir irgendwie schon wo stoffe da 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 So, wenn ich nicht alle zuteile, das will ich jetzt verarschen. Jetzt hab ich einen Ofen, gut. Guck mal, das Fab. Zwei Stück. Boah, ich hab über zwei, sechs Kohle, krankeschweiß. Jetzt speichert da. Ich wollte gerade in den Kohle rein tun, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Boah, ich bin wieder nicht in die Nähe von Mikrofonen. Ja. So, warte mal, wo ich mein Eisen denn? Da hab ich mein Eisen, 34. So, dann brauch ich noch mal kurz Holz, brauch ich noch ein bisschen. Mach ich mir daraus Sticks? Brauch ein bisschen Stick. Ich brauch eine Leiter. Kann ich mir keine Sticks machen? Geh auch auf, warum ich mir keine Sticks machen kann, aber gut. Weil ein Controller liegt. Nee, kann ich den zwei dann machen? Achso, die kann ich hier nur da ran machen. Zäune, da, Zäune. Komm. So, wir haben es doch mal, wie das aussieht. So, noch zu mir, bleibst du? Wir kriegen nie mehr, ich bin da nicht mehr. Ist so viel schief, wenn es gibt es hier nicht im Spiel, Jogan. So, ähm, ich brauch noch, ich kann, wieso kann ich mir keines Ticks eigentlich weitermachen? Ich hab noch Blue Calls. War nicht. Boah, man kann sich so langsam erst hier drehen, echt. So, warte mal. Crafting, Zäune. So, weiter geht's. Weiter geht's? Weiter geht's. Gitt, 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 Gitt. Ist gut. Held mal den Controller, die Schrott. So, ich brauch noch ein bisschen Holz. Sieht aber schon mal gut aus. Brauchste Holz? Ja. Hülz. Hülz, Hülzchen. Das Ricki bräuchte, dann bräuchte ich mir auch gleich mal eine Truhe. die drohe brauche ich mir gerade auch gleich brauchst du gleich okay du brauchst ein zweites stockwerk ja so okay ja ohne holz geht ja gut geht sehr gut nee ich hab eine bessere idee ich mache so wieder hoch ich baue mein Bett auf dem die Dach er macht doch wenn er unter freiem Himmel schlafen will sich ob ich so ist sich mein Problem nicht so richtig ich werde nicht nass und durch ist bei uns ganz gut hierher ich hab ein Trampolin ja im Hinblick die die den 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 auf beiden von oben abbauen geile so und es kommt nicht die kohle und den Flint ich baue mir grad Bäume von oben ab, oder? ich bin das noch weg, das weg so ähm ich bin zum Glück, kann ich mir noch ein paar Sticks machen ich baue mir gleich erst Lars nimm hier rein, wenn du nicht fragst und kann ich auch noch ein paar Zäunere stellen für meine Superwirt wieso? lalalalalala lalalala lalalala so, dann bauen wir jetzt noch ein paar Zäunen ein oh, es wird schon wieder dunkel, können wir ja schon wieder schlafen gehen ja, und ihr schlafen auf dem Dach also mach, was du willst, ich hab ja gesagt, ist mir wurscht mach doch ich muss kurz auch noch meine Zäunere für dich stellen und zack ich weiß gar nicht, will ich das so machen, dass das überlappt ach, kann man auch gar nicht so im alten Minecraft, stimmt ja äh, da musst du jetzt einen Block drüber setzen ne, lass mal so muss ich rechts doch dann das hinsetzen alles ach so, Bett, ja warte ich komm ich kann nicht einschlafen mit dir träumst du von mir? es tut mir leid ups, so ich schlafe gerne in den Steinblöcken das ist mein Kuscheltier ich kann wieder einschlafen, was das Lukas Kuscheltier geschenkt mhm so warte mal, muss ich hier noch rüber so sieht doch schon mal nach was aus, der Weg hier finde ich klar, das Haus sieht auf oben doch ziemlich beschissen aus und da wollte man eigentlich nicht drin wohnen aber hey, ich hab nen super Eingang zum Haus aber Lukas, ich baue hier grad so ne Sicht ich dich ja recht hier muss ich das Fenster bauen so, dann bauen wir hier mal ein bisschen Stein ab ich baue hier jetzt das Fenster das war das Mikrofon ich baue hier grad das Fenster ab guck mal, dann kann ich dich beobachten mach, was du nicht lassen kannst ich tu mach tu mach bist stein, stein, stein ich brauch stein, ganz viel da liegt was unten ein bisschen Zepplings mir ist das gar nicht Zeppling ich schmeck gut, ich habe grad wieder gegessen man hat sich grad auch so angehört bei deinem Schlucken wir haben sogar bellen Hunde hier im Spiel kennst du die auch? ja, die sind ganz toll, ne? ja, die kläffen super toll kläffen die sind genial die gibt man immer in Wasser die kann man sich leider nicht die sieht man nicht die sind so unsichtbar die kann fliegen ich kann boah, ich hab wieder gegessen schmeckt nicht so ich sollte mal wissen ich kein nix essen darf ja so, warte mal, komm, weiter wollen hier da einer hin, da da einer hin, da da da, da ich hab da gesagt, da, danke die? nee, da die? 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 ein die? oder die? so, du auf einer hin und sie doch bisher ganz gut aus der aufgabe guck mal hier voll episch riesig geil so wollen wir gleich mal eine kleine aufnahmepause machen ja ich komm noch hier aber halt so lange trocken so ein bisschen meine wörter fallen aus ne deine wörter fallen immer aus ich fahre aus bis ausfall warum genau zu einem aber ich schlafe in diese folge machen wir nicht in den jahren jetzt der von der Kauze nein heute von der geschnitten sind ja so weit kommt jetzt irgendwie doch hoch ich glaube nicht AUSCH! Einen Moment war ich gut das Walz! Schön, dass du dich lebensmütig für ein Stück Natur in den Abgrund stürzt! Warte, ich geh noch hoch! Dann kann ich... warte, ich beobachte dich! HI! AUSCH! Warte, ich rette dich! AUSCH! 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 Du willst doch sterben, ich hab ne Steinspenschläge! Ich will sie lassen! Das ist meine Warte! NEIN! Das ist deine Warte! Entschuldige, du kriegst deine Sachen ja wieder! Ich hab ja nicht viel eingesammelt! So! Du, ECHT! Du, Eleganz! Oh, ich hab noch Laps von dir! Warte mal ganz kurz! Das gehört noch dir! Warte! Flop! Und... Wo sind meine Blöcke? Da! Gut, bitteschön! Warte! Ich geh wieder hoch! Ups! Im Moment! Wo war ich denn? Ne, ich bleib hier unten! Warte, ich geh hoch und guck dich an! Mach was du willst! Dann mach mal! Ich breche ein! Tss! Ion! Wo bist du? Bei meiner Treppe! Warte! Ich wollte dich grad beobachten! Warte, ich komm unten an dein Haus! Kannst du dich beobachten! Rapunzel! 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 Jetzt musst du Rapunzel! Rapunzel! Lass dein Haar heruntersagen! Au! Äh! Äh! Ich hab ne Schuppe! Ich würd's lassen mich anzugreifen! So! Wollen wir aufhören? Warte! Schmeiß deine Karte weg! Gute Idee! Lass es jetzt! Komm jetzt hör auf! Hör auf uns kaputt zu schlagen! Ehm! 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 Wollen dann lass du auch! Ich lass mich! Ja dann geh weg! Ehm! Gut äh! Sag gut auch mal tschau! Tschüss! Und wir sind's nochmal beim nächsten Mal wieder! Bis dann! Tschau! Bing!